Kurz und Knackig von Wiebke Heute Verhinderungspflege Verhinderungspflege ist die Entlastungsleistung, die am meisten von denen, die gepflegt werden und den Angehörigen genutzt wird. Warum? Weil man sie stundenweise nutzen kann. Und das ist wirklich hilfreich. Mit Personen, denen man vertraut. Das ist natürlich super. Nicht nur hilfreich, sondern auch super. Und jetzt will Herr Spahn uns das zusammenstreichen. In den Medien steht, das Entlastungsbudget hat zukünftig die Möglichkeit, 3300 Euro oder so um den Dreh für Verhinderungspflege zu nutzen. Aber, und das steht fast nirgendwo, davon dürfen wir nur noch 40% für die stundenweise Entlastung nehmen. Findet den Fehler.